Ja hallo ihr Lieben, Chris Emtschermeyer, Pateraport, Pumpsychologe und so weiter und so weiter. Eines der letzten Videos mit diesem Setting. Könnten wir jetzt auch nochmal schon die Lichter hier anmachen. Klappt das? Ah ja, gehen noch. Genau, und zwar hatte ich ja gestern voraussichtlich das Video gemacht, Bad Woman oder Bad Girl versus Bad Guy oder Batman hatte ich das dann genannt. Also diese Dynamik, wie du Sachen wiederholst aus deiner Kindheit, weil sie dir bekannt vorkommen. Also dass du so ein Muster von einer ist in Anführungsstrichen der Böse und einer ist in Anführungsstrichen der Co-Abhängige oder der Empath, dass du das aufsuchst oder sogar selbstständig wiederherstellst. Also ich hatte ja, ich plane das nochmal kurz ein hier, ich hoffe das klappt, ja. Also ich hatte ja gesagt, ja vielleicht gehst du als Good Cop in eine Beziehung und datest Bad Cops oder du gehst als gutes Mädchen rein und datest Batman irgendwie. Und ja, das Problem ist nur, wenn du jemanden datest, ich will das jetzt nicht wieder alles nochmal aufmalen, aber wenn ich stelle dir hier auch noch so einen Guten vor daneben. Ja, also hier einen Guten, hier einen Guten, also du bist gut, datest jemand, der auch gut ist, dann kann leicht werden, so Breaking Bad mäßig, ne. Dass du dann irgendwie zu Bad Girl wirst oder sowas, weil du einfach dies hier irgendwie, du kannst es einfach nicht ertragen, dass es einfach ruhig ist, dramafrei ist, hört sich vielleicht krass an, aber für mich ist das die einzige Erklärung, dieses ruhige, stabile und wirst dann zu Bad Girl und ja, machst gleich den armen Mann so ein bisschen fertig, während du vielleicht vorher selber fertig gemacht wurdest, ne. Und ich denke, dass, also aus diesem Grund, weil wir diese Rollen wechseln können, sollte man auch vorsichtig sein mit so Begriffen wie Narzisst und so. Wer weiß, was man selber alles macht, wenn man endlich mal jemand Nettes gefunden hat und datet den und ob man sich dann selber im Griff hat, ne. Haben viele nicht, die mir schreiben, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, worauf ich wollte heute nochmal auf ein weiteres Detail hinaus. Was triggert diese ganze Dynamik jetzt hier an, also was sie so im Negativen antriggert, wissen wir jetzt, wir versuchen das so herzustellen. Und ich hatte ja auch gesagt, also hier kann vielleicht jemand, der vielleicht ein bisschen zu co-abhängig ist, der kann hier dieses Bad Muster antriggert, damit wir wieder das haben, was wir von zu Hause kennen. Aber es gibt noch ein wirklich sehr unangenehmes Detail, was das auch antriggert. Nämlich, wenn du eine Kindheit hattest, die, soll ich mal sagen, sehr mit bedingter Liebe, wenn überhaupt Liebe, also eine Liebe, die bedingt war oder unter Bedingungen war oder die sehr unstet geflossen ist, dann, und du keine unbedingte, also nicht an Bedingungen geknüpfte Liebe kennst, dann kann auch sein, dass da jemand wirklich geordnet, nicht mal co-abhängig oder irgendwas, jemand einfach nur wirklich super geordnet, nicht nur einigermaßen lieb und nett, kann sogar in seiner Polarität sein, und der dich, ähm, ja, malen wir es nochmal rein, der dich, ähm, hier, ähm, unbedingte Liebe, versuche ich mal zu schreiben. Also, der dich unbedingt liebt, äh, also eben nicht so, wie deine Eltern dich geliebt haben, kann auch sein, dass allein das schon das Muster antriggert, dass man sagt, boah, da komme ich überhaupt nicht drauf klar, kann ich nicht verarbeiten unbedingt, die Liebe, kenne ich nicht, weil das ist nicht so einfach, wie wir denken. Wir müssen nur jemanden finden, der es macht, und dann haben wir es, weil ganz häufig, äh, hat man so, ich weiß gar nicht, wie soll man es nennen, so mauern, so, äh, es fühlt sich so ungewohnt an, wenn man unbedingte Liebe erfährt, dass man da wirklich einen Widerstand haben kann, und es kann gut sein, was ja auch gestern in der Mail war, dass du das dann durch, äh, Kritik und, äh, Zetern und Rum, äh, Sticheln und irgendwie sabotieren die Beziehung, dass du das einfach, äh, bewusst oder unbewusst kaputt machst, nur um dieses alte Muster wieder reinzukommen. Ich meine, das ist natürlich, eigentlich will man es nicht, aber das ist dieser Wiederholungszwang, den wir natürlich, äh, bearbeiten können, indem wir uns das bewusst machen, also auch unbedingte Liebe, die wir eigentlich haben wollen, kann dieses Mustertriggern, ne, es ist crazy, es ist wirklich crazy, aber das ist für mich wirklich so die Erklärung, warum es auch so schwer ist, in gesunde Beziehungen reinzukommen, weil die sich einfach komisch anfühlen, wenn man das nicht, nicht kennt, so, ne. Und, ähm, ja, und zu jemandem, der jetzt seinen Shit-Together hat, wenn es hier jemand ist, der eigentlich echt ganz cool ist, den kannst du auch echt vertreiben damit, ne, und wenn das richtig unbewusst ist, dann, äh, vertreibst du ihn und sagst dann wieder, ja, war ein Narzisst, äh, also, er ist jetzt übertrieben, aber, ähm, muss schon ein bisschen mehr dazu kommen, dass man das sagt, glaube ich, aber hat er vielleicht irgendwann keinen Bock mehr und sagt, ich hab keinen Bock mehr auf deinen ganzen Kram, deine Spielchen und sagst du, ah, siehst du, wieder, wieder Scheißerfahrung, obwohl man sich das, ja, irgendwo selber kreiert hat, ne, Futter zum Nachdenken, würde ich sagen, denk mal drüber nach, äh, super spannendes Thema, weil das kann wirklich der Dealbreaker sein, dass du, ähm, ja, dein Muster auflöst, mach die fucking Kurse, da ist auch nochmal vieles sehr detailliert beschrieben und, ähm, ansonsten, alle anderen freue ich mich auch, äh, wenn du meinen Kanal abonnierst, ähm, wenn du mir vielleicht ein super, also ein Thanks-Button da lässt, oder, äh, die Kanalmitgliedschaft ist auch eine sehr nette Art, mich zu unterstützen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.